Ja, halle Löhle, Freunde, der guten Laune, der beste Zeitung und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zum Juts, in dem ihr einen Richter spielt, in einer korrupten und sehr manipulativen Stadt- bzw. Ortschaft, den Richter mimen soll und der wirklich mal Gerechtigkeit weiten lassen soll. Wir hatten jetzt die ersten drei Fälle gehabt. Wir bekommen quasi hier in diesem Art Stil immer einen Fall aufgedeckt, mit dem wir anhand vom Beweis mit dem Protokoll, ja, den richtigen Strafmaß finden können. Wir können natürlich denjenigen oder diejenigen freilassen, weil einfach gar nichts getan worden ist oder weil es keine Indizien gibt, weil manchmal haben wir wirklich gar keine Beweise. Hinzu kommt, dass wir hier und da auch mal ein paar Rätsel lösen müssen, um an diese Indizien zu kommen. Ihr könnt jederzeit aber, wenn ihr zum Beispiel die wichtigsten Sachen verpasst habt, auch einfach das Ganze nochmal neu starten, in dem Fall aufdecken. Das Ganze soll aber noch ein bisschen schwieriger werden, weil allein schon die psychische Gesundheit bei uns kann nochmal rapide sinken. Also ich glaube, da kommen noch ein paar Sachen, die sind nicht ohne, denke ich so mindestens mal. Ich würde mal sagen, wir werden jetzt nochmal den Tag beenden, weil das ist bei uns jetzt mal der Feierabend, wenn wir zu Hause sind. Wir können jetzt hier mit der Tochter mal reden. Ihre Tochter bittet Sie um 100 Euro für Ihr Schulgeld. Akzeptieren Sie? Ja, ich bin jetzt mal pleite, aber egal. Alles gut. Okay, es gibt keinen psychischen Schaden. Ich bin mal gespannt, was ein psychischer Schaden hier sein soll. Wir haben noch einen Kalender hier. Woche 1 sind wir gerade. Fall 3. Ich weiß gar nicht, er geht sonst, glaube ich, 12 will er sein. Guck mal, genau. Tag 2. So. Was haben wir denn jetzt hier? Das ist, glaube ich, die Akte dafür. Da können wir gucken, wie das Strafmaß richtig wäre. Ah, guck mal hier. Wir haben einmal hier den Bob Isaac. Haben wir noch irgendjemanden? Ah, und Conal Green. Also jetzt haben wir schon mal zwei Leute. Vorstrafen ist bei ihm, bei Bob schon vorhanden. Bei Conal nicht. Oder bei Gleen, wie auch man ihn jetzt hier nennen möchte. Vorwürfe, Auto-Diebstahl-Beschreibung. Das Fahrzeug wurde gestohlen, als es auf dem Paprik ging. Über dem Viertel, in dem Lehmann Diaz wohnt, geparkt war. Nach Eingang der Meldung am Morgen der Nacht, in der das Fahrzeug als gestohlen galt, wurde das Nummernschild überwacht. Das Fahrzeug wurde am selben Morgen übergeben. Und bei der Durchsuchung wurde ein Paket mit Zigarrenscheren am Fahrzeug gefunden. Darüber hinaus wurden keine weiteren Befunde gefunden. Beschreibung. Bei Identitätsprüfungen wurde festgestellt, dass es sich bei der Person im Fahrzeug um Bob Aldeck Roof mit dem Spitznamen Big Kanad, der als ehemaliger Autotyp bekannt ist. Okay, was hat aber jetzt der Conal damit zu tun? Lehmt dies am Wochenende fuhren wir als Familie mit meinem Auto für zwei Tage zu unserem Sommerhaus in Conting Village. Okay, am Ende des zweiten Tages glaube ich, dass ich vergessen habe, mein Auto abzuschließen, weil ich müde war. Es besteht die Möglichkeit, dass die Person, die es gestohlen hat, dies auch ausgenutzt hat. Bob sagt dazu, am Morgen des Tages, an dem auch angenommen wurden, dass das Fahrzeug gestohlen wurde, rief mich ein Freund namens Conal Green an, mit dem ich eine lange Freundschaft verbinde und sagte, dass er eine dringende Angelegenheit hatte. Er bat mich, das Paket in seiner Hand zu einem Ort namens Party Time zu bringen. Also ging ich schnell zu Conal Greens Haus, weil ich es für dringend hielt. Conal gab mir einen Autoschlüssel und einen Zettel mit der Adresse. Aha, okay, also er sagt jetzt zum Beispiel, Conal hat den Wagen geklaut und hat aber auch eine Aufgabe für ihn. Also gibt ihm die Aufgabe, die Zigarrenscheren und das gestohlene Fahrzeug. Also bin ich mit dem Auto losgefahren und wurde schnell von der Durchsuchung erfasst und erfuhr, dass das Auto gestohlen war. Auf dieser Aussage wurde Conal Green in sein Haus aufgefunden und zur Befragung an die Polizeiwache gebracht. Conal Green, ich akzeptiere keine der von gegen mich erhobenen Vorhüfe. Ich weiß von nichts. Oh, jetzt müssen wir es herausfinden. Ja gut, das ist natürlich mysteriös, dass er sagt, gar nichts, ich sag dazu nichts und etwa und er ist so außer Kräfte. Hier wird das interessant gesagt, er hat eine Vorstrafe, er nicht, muss ja nicht immer alles bedeuten. Tonaufnahmen, jetzt haben wir hier Beweismittel, wenn die mal vorhanden sind. Anwendung, E-Mail haben wir auch nicht, Geschäfte, achso, wir können irgendwie hier welche bestechen, keine Ahnung. Digitale Beweise, ach, Kameraaufnahmen. Kann ich da irgendwie reinzoomen? Ist aber sehr schwarz. Sollte das einfach bedeuten, dass es sehr schwarz ist? Okay, also ich kann da jetzt nichts sehen. Gut, jetzt muss es nämlich lustig, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hier geknackt bekommen, weil hier ist schon mal so ein Code. Oh mein Gott. Okay. So. So. Finde den richtigen Weg, den richtigen Pfad. Oh. Okay, wir gehen mal von da aus. So, entlang. Ah, guck mal, das könnte was sein, oder? Genau, das passt. So, da sind nämlich noch wichtige Sachen mit dabei. Okay, zum Beispiel Beweis Nummer 1. Eine Zigarren, eine Zigarrenkiste im Fahrzeug. Fingerabdruck von 212314. Das ist von Glenn, beziehungsweise von Conor, das muss jetzt nichts heißen, kann sein, dass er es reingepackt hat. Okay. Haben wir noch mehr? Ja, wo das Gesicht kann nicht erkannt werden. Oh, das ist aber jetzt wieder sehr schwierig. So, jetzt können wir die aber befragen, ist auch das Coole. Wo waren sie in der Nacht, als das Auto gestohlen wurde? An diesem Abend saß ich mit meiner Freundin in einem Lokal, namens Pepsis. Bevor es zu spät der Nacht war, setzte ich zu Hause ab und ging zu meinem eigenen Haus. Ich bin kurz darauf eingeschlafen, am Morgen wachte ich durch Cornels Anruf auf. Wann war ihr letztes Gespräch mit Conor Glein? Es war fast sechs Monate her, seit ich das letzte Mal mit Conor gesprochen hatte. Ich war sehr überrascht, dass er nach all dieser Zeit anrief. Außerdem ist es schon lange her, seitdem ich diesen Job aufgegeben habe. Ich lebe jetzt ein geregtes Leben mit einer geregten Beziehung. Ich bin nicht schuldig. Also kann es sein, dass der, ich sag jetzt mal, Conor hier sowieso immer wieder so ein bisschen Ding an Laufmann hatte, die erwischt worden ist. Er wurde mitunter schon mal bei manchen Sachen erwischt und jetzt hat er gesagt, ach, ich will aber nicht mehr. Wann haben Sie Bob Isaac Goof kennengelernt? Ich kenne Bob seit über 20 Jahren. Er ist ein sehr guter Freund von mir. Herr Goof, sagten Sie, hätten Ihnen schon ein paar Stunden gefahrt gegeben, ein Paket geliefert und ihn gebeten, es dort hinzubringen, wohin er wollte? Ist das wahr? Der Vorfall hat nichts mit mir zu tun. Ich habe Bob das letzte Mal vor sechs Monaten getroffen. Bob hat mich offiziell... Ah, okay, gut, ja. Jetzt haben wir den Richtigen. Okay, sehr schön. Weil Fingerabdrücke waren ja da drauf gewesen. Wir haben ja diesen Zigarrenschere-Schneider, was auch immer, den wir ja von A nach B bringen mussten und da war ja sein Fingerabdruck drauf. Er leugnet ihn ja generell überhaupt gesehen zu haben. Wiederum ist aber sein Zigarrenschere-Schneider dabei gewesen in dem Auto mit seinem Fingerabdruck drauf und er würde seine, ich sag jetzt mal, seine Aussage Sinn machen. Dass er sagt, hey, er soll für ihn einen Job machen. Er lässt ihn den Wagen von ihm hier zu ihm geben. Und dann passt der da, also. Freispruch. Achso, oh, warte mal. Wir müssen doch kurz mal zurück. Was ist denn bei Autodiebstahl? Körperliche Gewaltverbrechen. Verbrechen der Anstiftung. Was soll das sein? Achso, nee. Äh, Mann. Mordverbrechen. Die können wir gleich mal gucken. Achso, das ist ein Drogen. Achso. Straßenrennen. Okay. Organisierte Teilen aaktiert, Organisierte Kommunalität. Ich wollte das mit den, ja, kann man hier nachweisen, aber Diebstahl hier. Diebstahl, äh, zwei Jahre. Verschärftstrafe sind vier Jahre. Autodiebstahl. Zwei Jahre Gefängnis, Verschärftstrafe vier Jahre und 2000 Dollar Bußgeld. Ich denke mal, wäre ja ständiger gewesen, hätte mal zwei Jahre geben können. Ich würde den, ja. Wie gesagt. Aber wählen wir erstmal ihn aus. Ähm, schuldig. Gefängnis. Machen wir drei Jahre. Und trotzdem aber eine Geldstrafe. Von 2000. Habe ich mir so spontan überlegt. Und ihn lassen wir hier frei. Weil, ja, so, er hat ja nur A nach B gebracht. Also da würde ich jetzt sagen, äh, äh, ist unschuldig. So. Erfolgreich. Sehr schön. Mit ihrer Wahrscheinlichkeit. Erfolgreich. Geil. Sag, das ist schon cool gemacht. Ich weiß aber immer nicht, wie wir Geld hier verdienen. Also irgendwie anscheinend so vielen Richter, der kein Geld haben möchte. Auch schön. Gut. Tag beenden. Nächster Fall. So. Fall zwei. Woche zwei. Oh. Was haben wir denn hier? Oh, das wird ja nicht lustig. Betrefft das Prozess die Situation, wem das Sorgerecht für den zwölfjährigen Eskel Robbins und seiner Schwester übertragen wird. Beklagter ist Ben Robin. Kläger ist Dias Robin. Also. Kläger ist Dias. Äh, Beschreibung. Personen namens Ben Robin und Dias haben sich kürzlich scheiden lassen. Von Dias Robin, der Mutter der Kinder, wurde ein Sorgerechtstreit für die Sorgerecht ihrer Kinder, Dixer Rums, eingereicht. Aufgrund der Scheidung gibt es einen Unterweisbeitrag, den die Mutter vom Vater verlangt. Das ist ja natürlich klar. Okay. Oh, ich glaub hier ist nicht. So, das ist ein Mädel. Bist du traurig, weil deine Mutter und dein Vater sich scheiden ließen? Naja, klar. Achso, nein, oh, nein, bin ich nicht, weil Mutter und mein Vater sich nicht besonders gut verstanden und ständig gestritten an. Meine Schwester und ich waren von dieser Situation sehr beunruhig und konnten das Wein meiner Schwester nicht mehr ertragen. Oh, okay. Möchtest du also bei deiner Mutter oder bei deinem Vater leben? Das Wichtigste für mich ist meine Schwester. Ich möchte sie auf keinen Fall verlassen, aber das Beste für sie wäre, bei meiner Mutter zu leben. Okay. Wem bevorzugst du? Meine Mutter ist mir wichtiger, das Zusammensein mit ihr. Ich denke, es wäre besser für mich und meine Mutter natürlich mit meinem Bruder. Bist du traurig, weil deine Mutter und dein Vater sich scheiden ließen? Ja. Sehr viel. Obwohl sie kämpfen, liebe ich sie beide sehr. Hä, ich kann nicht ohne einen von ihnen leben. Hä, hat er nicht gerade? Ich liebe sie beide sehr. Ich möchte nicht für eine Person entscheiden. Mein einziger Wunsch ist momentan, dass mein Bruder mich nicht verlässt. Er unterstützt mich immer. Bitte trennen Sie meinen Bruder und mich nicht. Oh, schwierige Sache. Ja gut, also, boah, das ist aber, ich hab hier nicht mehr. Bock, boah, nee. Gut, aber, du, mehr haben wir jetzt hier nicht. Also, dann gehen die halt zur Mutter, weil er hat so ein bisschen, der, der ist Robin, ne, die heißen alle, nachnamen, hat, hat es ja so ein bisschen gedeutet auf, die Schwester möchte gerne bei der Mutter bleiben. Ich glaub, er traut's einfach nicht zu sagen, er möchte gerne bei der Mutter bleiben, weil sie hat gesagt, sie liebt beide. Er will wahrscheinlich eher bei der Mutter bleiben, deswegen guckt er auch wahrscheinlich nicht so traurig. Ich würd' sagen, wir machen jetzt folgendes. Schau gerecht, dass ihr Jungen mit dem Vater, achso, hier können wir's auch trennen, die Bedingungen, wie es sich alles nicht ausreichen und beide Kinder wurden in den Waisenhaus geschickt. Oh, das ist ja gemein. Nee, Butter. Also, der eine möchte gerne dorthin und ja, okay. Ist, ist doof, aber ich glaub, das war soweit in Ordnung gewesen. Das war eine relativ einfache Sache gewesen. Richterweide, man hat gesprochen. Gut. Auf und zum nächsten Fall. Und zum letzten Fall für heute erstmal. Woche zwei, Fall Nummer drei. Oh, wen haben wir denn hier? Das ist James Redlow, 51 Jahre alt. Mann, Fingerabdrücke haben wir hier vorbestraft. Ja, ist da Vorwürfe, Attentat, Beschreibung, eine Person namens Amanda Kelfia, die morgens in einem Waldbiet nahe der Autobahn joggte, stieß beim Joggen auf den leblosen Körper einer Person namens Francis Crimes. Es wurde festgestellt, dass die Überwachungskamera, die von dem Bereich, in dem sich der Vorwürfe eigentlich überwachten, während des Vorfalls nicht funktionierten. Na, wie toll ist er immer schön. Beschreibung. Der Autopsiebericht zufolge starb er an den Folgen eines langen Sauerstoffmangels, ohne das Spuren von Einwirken auf seinen Körper zu erkennen war. Angeblich war die letzte Person, die das Opfer traf, James Redlow, ein Vorstandsmitglied der Firma Karen and Wells. James Redlow dazu. In dieser Nacht verließen wir gemeinsam die Firma. Wir fuhren mit seinem Fahrzeug zur Bahn namens Les Dwarf. Nachdem er etwa eine Stunde dort geblieben war, setzte er mich an mein Haus ab. Ich weiß nicht, was er danach tat oder wohin er ging. Fans und ich waren gute Freunde. Als ich an der Bar saß, sah ich, wie er beunruhigt war. Aber egal, wie sehr ich darauf bestand, sagte er nichts. Er sagte nur, dass in seinem Leben heutzutage etwas nicht stimmten, dass er egal, was er tat, nichts ändern konnte. Das ist alles, was ich sagen konnte. Der Verlust eines engen Freundes tut mir so leid. An diesem Morgen machte ich mich wie jeden Tag auf den Weg zu der Stelle im Wald, die ich immer am liebsten laufe, während ich eine Pause machte. Um Wasser zu trinken, sah ich einen Körper flach hinter den Büschen liegen. Ich informierte sofort die Polizeiteam. Ich erledige mich nur noch daran, dass die Person, die am Boden lag, einen Anzug trug und eine rote Rose trug. Okay, also einen Anzug und eine rote Rose. Also er muss ja doch vom Vorabend gewesen sein. Das ist ja schon mal wichtig. Digitaler Beweis haben wir hier nicht. Ich würde ja schon fast den Angeklagten glauben, weil das beunruhigt kommt, so aus heiteren Himmel. Der war beunruhigt. Ja, denkt man sich einfach so aus. Oh, was ist das? Ah! Ah, okay. So. Ich glaube hier. Dahin. Die zwei. Das macht Sinn. Ja, perfekt. Das sind die wichtigsten Indizien, die wir haben. Das sei wohl in der Leiche gefunden und dient zum Töten von Francis Crimes die rote Rose, die auf der Leiche gefunden wurde. Scheiße aber auch. Leck mich doch. Gut. Dann müssen wir jetzt hoffentlich ein bisschen mehr herausfinden, wenn wir ihn befragen. Wie lange dauert Ihre Freundschaft mit Francis? Wir arbeiten seit circa vier Jahren im selben Unternehmen. Seit zwei Jahren verbinden uns jedoch eine enge Freundschaft. Gab es jemals in der Firma, die Francis Crimes nicht mochte oder ihn kürzlich bedroht hatte? Also in der Firma. Äh, nein, soweit ich weiß nicht, es gibt, äh, gibt es solche Personen nicht. Ich war bereits CEO unseres Unternehmens und wurde von jedem Mitglied unseres Vorstandsteams geliebt. Bist du oft mit ihm in der besagten Bargang? Ja, wir gingen mindestens zweimal pro Woche hin und schüttelten einander unsere Herzen aus. Hm. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab ja nicht mal ansatzweise irgendwie einen Beweis dafür. Fingerabdrücke irgendwie gefunden? Auch nicht, wa? Also wir können mal... Ich würd den freisprechen. Äh, äh, kein, kein Beweis. Ich hab keine Beweise. Oh oh, was passiert denn jetzt? Ah, mein Guide wurde erhöht. Diese Woche verdienen sie 700 Dollar. Geil. Wie gesagt, es gab ja keine Beweise. Und wenn er wirklich, ähm, ich sag jetzt mal, Angst hatte, das steckt sich einfach so aus. Miete hier, da, Rechnung, Gehalt. Äh, Darlehensoption. Aber wieso brauche ich eigentlich das Geld, um ehrlich zu sein? Weiß ich gar nicht. Ne, zurück. So. Ja, dann, äh, mach nochmal zurück, dann hebe ich halt ein bisschen Geld ab. Bis wir uns mal kurz mal ausrechnen. Das sind, äh, 200 Dollar kann ich mir nehmen. Ne, supi, geil. Nice. Freunde, ich würd sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich fand's wieder ein... Ach komm, eine Folge machen wir noch. Die ging jetzt ein bisschen schnell. Eine machen wir noch. Wir, wir gehen schon mal gleich über zu Tag, äh, Woche Nummer drei. Komm, die geben wir uns wenigstens nochmal. Da warst du die erste richtig knackig gewesen. Wir haben wieder zwei Leute. Ähm, einmal den Erden, so heißt er zumindest. Und den Arthur. Fingerabdrücke. Einer ist vorbestraft. Äh, Vorwürfe, Bedrohung, Babsich, die Verletzung, Beschreibung. Der Fall ereignete sich am armten Hause der Person namens Erden. Die Person namens Arthur, die die Verletzung verursachte, flüchtet unmittelbar nach dem Vorfall aufgrund des Hinweises der Person namens Erden, wo ein Haftbefehl gegen Arthur da, der und hinterlassen. Bei der von unseren Polizisten aufgrund des Hinweises eingeleitet Durchsuchung wurde festgestellt, dass sich die Person namens Arthur da im Haus seiner Schwester versteckte und den Arm von dem Polizisten gefasst und zur Befragung der Polizeiwache gebracht worden ist. Erden, äh, vor einem Wort habe ich mir etwas Geld von einer Person namens Arthur geliehen. Er riech mich immer wieder an und erzählte mir, dass meine Schulden sich verdoppelten und, okay, alles klar, trotzdem hätte er nie auf mich anbelästigen. Okay, also, äh, Erden sagt weiter dazu, äh, obwohl ich die Situation mehrmals im Polizeiteam, okay, da wurde nichts gemacht. Was sagt ein Arthur dazu? Als er sie, als er nicht finden konnte, stach er mir mit dem Messer ins Bein. Anschließend flüchtete er, okay. Fall vor allem, ohr, rief mich Erden an und sagte, er brauche etwas Geld, obwohl ich mich, äh, 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 selbst in einer schwierigen Situation befand, gab ich ihm das gewünschte Geld und erklärte ihm auch die Situation. Okay, soweit er in Ordnung. Er sagte, er würde mir das Geld so schnell wie möglich geben. Da er nach einem Monat nicht reagierte, konnte ich es nicht ertragen und rief ihn an, sagte ihm, dass er seine Schulden begleichen müsse. Er sagte ihm, dass er die Schulden begleichen würde, wenn ich ihm zu dem von ihm genannten Datum und dergängige Zeit zu ihm nach Hause käme. Als er zu ihm nach Hause ging, sagte er mir, dass das Geld in seiner Wohnung sei und dass wir ihm nach Hause gehen sollen. Als wir nach Hause kamen, bat er mich, mich zu setzen und sagte, er käme bald zurück, dann stand er mit einem Messer vor mir und begann, mich zu bedrohen. Okay, Aussage in Aussage. Ich habe ihm gesagt, dass er seine Schulden mit jedem Fall bezahlen musste, dann erschwang er das Messer auf mich. In diesem Moment machte ich einen Versuch, mich zu verteidigen und das Messer blieb in er ins Bein stecken. Danach nahm ich das Messer und rannte aus Angst zum Haus meiner Schwester. Danach nahm ich das Messer. Ja, das ist doch absolut der Quatsch. Was nimmt dann das Messer? Das sind nämlich beide Fingerabdrücke wahrscheinlich da drauf. Bist du ja auch wieder... Ja, auch hier gar keine Sachen, wa? Tonaufnahmen gibt es wahrscheinlich auch gar keine. Gut, aber wir haben hier noch so einen kleinen Ohr, na? Okay. Ah, die Reihenfolge müssen wir beachten. Ah, okay. Zack. Zack. Kann ein bisschen länger dauern. Yes, jetzt bin ich aber langsam hier wirklich durch. Äh, war es hier gewesen? Ja. Ah, verdammt. Also der letzte ist der hier. Krieg den erstmal wieder mit, ey. Nee. Ist das du? Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, der war der letzte gewesen. Ach, die. Der kommt zuerst. Immer noch. Also ein bisschen Erinnerungsvermögen habe ich noch. Jetzt wird's spannend. Es ist ja... Fingerabdrücke. Nur von der Person? Bitte nicht noch eine. Äh, außer die Telefonatsgespräche zwischen Ah und Duken. Okay. Wann gibst du mir mein Geld zurück? Sagt Ah, vor Erden. Äh, gibst du mir bitte noch etwas Zeit? Ich werde so schnell wie möglich den Betrag zurückzahlen. Das ist genug. Ich kann nicht länger warten. Ich bin dafür verantwortlich. Was passiert... Was passiert, wenn sie nicht zu spätestens morgen bezahlen? Ah, ich bin nicht dafür verantwortlich. Okay. Beruhig dich. Sag nicht, ich werde bezahlen. Wenn du nicht bis morgen bezahlst, bring ich dich um. Jetzt ist interessant natürlich die Fingerabdrücke, wa? 112, 72. Ja, dann ist klar. Versuchter Mord. Arthur. Äh, körperlicher Gewaltvermögen. Verbrechen. Einbruch. Nee. Ey, das wird richtig schlimm, wa? Ja, das ist vorsichtiger Mord, wa? 14 Jahre. Bist du. Verschärfte Strafe 26. Eiterfalter. Ja, äh. 26 ist schon heavy. Ich würde aber ein gutes Mittelmaß hin, weil es war ja trotzdem irgendwie geplant gewesen, wa? So, du wirst natürlich erst mal freigesprochen. Schuldig, Gefängnis. 18 Jahre. Also, bis jetzt anscheinend alles mal richtig gehabt. Gut, Freunde, das war's gewesen. Also, ich fand's cool. Wir haben jetzt endlich mal auch mal so eine größere Sache gehabt. Es ist natürlich, es ist halt so, zwischen denen es heim war. Und manche Sachen sind halt extrem wichtig. Ich, die Indizien zumindest, kann ich mit dem Finger abdrücken. Das war jetzt in dem Fall einfach gewesen, weil wir hatten Aussage gegen Aussage gehabt. Zum einen hieß es, dass der, der vermeintliche Schuldner denjenigen noch bedroht hat. Das lasst mich quasi in Ruhe. Der wurde dann aber daraufhin quasi sich, boah, hat sich damit selber quasi gefühlt gestochen. Aber eigentlich hat's herausgestellt, das Messer hatte nur der eine in der Hand, nämlich der Täter, der dem Opfer das Geld gegeben hat und nicht mehr warten konnte und ihn auch damit gedroht hat, er werde ihn umbringen. Freunde, das war's gewesen. Wir sehen uns, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss, Sikorski.